Von WupsiTitan, wir joinen in 3, 2, 1, öh Ähm, stark Ja, äh, äh, wupsi, wupi Ey, wir haben die neue IP, maybe? Ja Achso, das muss ich mal sagen Dicker, wirklich mal, dass das Ja, ist das geil Wie auch nie drauf, wie auch nie Ah, moin Äh, sch, wupsi Hat mir deine Picke gefeilt Das ist aber arschlich Also ich bin der Meinung, dass Fischi 3 Sprakes bekommen sollte Weil er erst neulich aufgenommen hat und alle hochgeladen hat Vor zwei Tagen waren auf seinem Kanal noch keine, äh, 3 Videos von seinem Kanal Da waren nur Wupsi, bis zu WupsiTitan, Folge 4 Ja, das ist ja nur bis dahin Äh, ab, guck mal, ob du jetzt gucken kannst Machen Ja Fischi Oder weißt du, was ich gerade mache, Timmer? Boah, Junge, warum ist das so? Ich expliziere gerade das Video Weißt du, Fischi, ich hab mich die ganze Zeit gefragt, warum ich so Lacks hab, wenn ich zum Spor gucke Jetzt hab ich, äh, jetzt hab ich, ähm, gefunden warum Warum? Oh, Junge Genau deswegen Ja, jetzt hab ich auch noch 100 FPS, wenn ich dahin gucke, Alter, ist das so? Ich habe, ich habe 300, äh, und hab ein paar Rucke Ruckelea, ich kenne Deutsch Okay, ich geh näher, tschüss Oh, ich hab 23, ich hab 23 Ja, ich hab 23 Ja, ich hab 23, wow Wow Junge, ich hab hier über die FPS Drops Wow Ja, komm doch rein, hä? Bin ich doch Komm her Moin Ich lasse jetzt, ich lasse Und was habt ihr jetzt raus können? Bonjour, Monsieur Also ich weiß nicht, ob das, äh, ob ich das Gold schon hatte vorher oder nicht, aber auf jeden Fall hatte ich es jetzt im Impf Nee, okay Äh, hast du Books vielleicht im Impf? Äh, was? Books? Bücher? Nee Kann sein, dass sie uns fehlen? Nein, wir hatten keine mehr, glaub ich Doch, hatten wir Sicher? Hätten uns each beide full P3 machen können Wollen wir kurz lieben und das sagen? Weiß ich Das macht halt schon eigentlich Sinn Sinn Ähm, wir hatten, wir hatten, wir hatten, wir hatten, wir hatten, wir hatten eigentlich Doch, doch, warum soll ich denn selber gehen wollen? Keine Ahnung Bia Picke Das dauert lange, warte Ja, Backpack Das ist nicht mal fertig So, äh, ich zeig's dir jetzt hier, wo ist das? Videos? Hallo Wir bauen ganz dringend besser ins Stadium Wir bauen ganz dringend besser ins Stadium Wir bauen ganz dringend besser ins Stadium Eben nicht fertig Äh, im WP liegt die Bia Picke, ne? So, Pishy, du kannst, wenn du jetzt gucken willst, kannst du grad reingehen Ja, Digga, ich spiel grad, ne? So Abdo, bist du drin? Ja, ich kann ja gucken, weil, tut, aber wo guck ich das nochmal? Ja, ich bin drin, ne? Ich bin... Hier sind so viele Kühe, Junge, das ist ja abnormal Ich craft schon mal zwei End, wir brauchen eh beide, ne? Ey, der Himmel sieht so hässlich aus, der ist so leer, ich mach kurz den Wolken an Der ist so Wolken Ihhh, schwul Digga, das BP hat kein, äh, Custom Sky Siehst du was ab, du, ja, ne? Ja, Hälfte, schon, Hälfte nicht Ah, ich hab schon einen Helm P3 Ja, bist du... Ach, stimmt, ja! Okay, ja, ich hab ja schon einen Helm P3, Digga, da war ja was Oh mein Gott Ja, ich bin halt einfach ein Pfeilfett Weißt du, was mir grad auffällt? Ich denke, dass die das mit Bucks gemacht haben, deswegen alles teurer ist Jaja, das war auch bei den Bogen so Okay, Drexys wird nicht vertrauen, dem Bruder, es wird nichts Okay, dann schau ich das mal kurz Ja, ist alles teurer Ja, ist alles teurer Solche Pfeilfett wirklich nie Weiß, was ich mache Ich cut das jetzt Ja, es kostet alles Äh, ich in die Musik, ich latte das jetzt wirklich auf jeden Niveau Der Bogen hat, äh, hat zwei Level mehr gekostet Zwölf oder was? Nein, ähm, ich hab Power 2, der hat, der hat, äh Vier gekostet Ne, das ist scheiß Bin geschissen Kostet jetzt, äh, einfach Anstatt vier Level pro, pro, ähm, pro drei Piece kostet jetzt, äh, fünf Level Aber wir haben auf Pro 2 geinged, ne? Ich hab auch kaum Food, man Warte, ich kann hier reinlegen, ich hab nen Stack Ja, ich hab eins und zwei Ja, guck mal, ob ich P Äh, danke Dachte ich hätte mehr Food, egal, dann Wir gehen nach der Folge, wir gehen nach der Folge einfach kurz mal Support und fragen mal alles nach Wir haben beide halt Alzheimer, wir wissen ja gar nichts mehr Ja, das ist schon ne Weile her, ne? Seitdem wir das letzte Mal gespielt haben Musst du was so sehen Das war letzte Woche Äh, ja, an die französische Aufgaben von der Zerbauer kann ich mich auch nicht erinnern Ja, sie wären die Hausaufgaben von der Zerbauer Hä, irgendwie kommt's dir so vor, als hätt ich, äh, in Titan, ne, ne, äh, niedrigere, äh, ne, niedrigere, äh, Sensi Als in, ja, normalen als auch Aber ich find, ich find's ja auch richtig geil, dass die Diabicke wieder full ist Das war, das ist alles cool Die war auf 100 Dura Das ist alles cool, aber das geht halt schlecht, das zu damagen Warte mal, aber das heißt, wenn dir das Schwert mit Sharp 3, wenn du das Sharp 3 Scherb normal gemacht hast Ja, ja, das Schwert wird jetzt doppelt so viel kosten Das Schwert, das Schwert wird günstiger sein und mein Helm auch Sicher? Ja Wenn du mir mal dein Schwert geben würdest, kann ich dir sagen, das kostet nur minus 7 Level Ja, aber das Problem ist Kann ich prediken Aber das Problem ist, ähm Hast du das schon Zucker oder gefunden? Ne Nein, echt nicht Ich fahre so lange die ganze Zeit Leder So lange ich keines finde Ja, das bringt uns gar nichts Ja, jetzt hab ich aber an Stack Leder Ja, das bringt uns auch nichts Willst du Lederarmor croffen oder was? Ja Oh Gehen wir doch Hier sind Blöcke platziert, oh mein Gott, geh nah Geh nah Schade, man Schade Jungs, müsst ihr so viel Autismus im Video haben, ich versteh's auch nicht Natürlich Ich check euch grad nicht, ihr macht mich sauer, bitte Warum bist du denn hier? Ja, weil er einfach hier ist Ja, weil er einfach hier ist Der ist schon die ganze Zeit hier Ja, ich Du bist so neuer Du bist so neuer Du bist so neuer Warum bist du hier? Du bist der Neuankömmling Ja Du bist das jetzt zu dir um die Schamme Er hat ja Autismus gesagt, da hab ich gefragt, warum ist er da hier Ja, ja, ich hab ja auch geredet die ganze Zeit, Idiot, stimmt Schöne Woche, Digga Es war nur Spaß Ja, sechsjähriger Ich bin fünfzig Digga, ab du, entspann dich Oh, fünfzig süß Süß, süß Alter, ich mach doch nur Spaß meine Süßen Digga, ich mach doch nur Spaß meine Süßen Mach doch nur Spaß man, ihr heult direkt rum Ja, ja, ja Das will doch, ich will doch nicht Ey, ey, ey Wenn ich will, darfst du jetzt noch ne Familie kaufen Leg mal Chest oder Schuhe rein, damit wir Antrotises P3 haben Was hab ich mir tun? Chest oder Schuhe reinlegen Warum? Damit ich dir P3 drauf machen kann Achso Digga, du bist echt ein Pfeife, oder? Chest und Schuhe, Digga, damit lauf ich jetzt halb mal rum Chest ODER Ja, ich hab jetzt beides reingelegt Äh, ich kann halt nur eins machen, weil die andere haben noch die Problems Ja, ich zieh's halt wieder an Okay Oder wir haben einen Schar, bockt zu viel, das bockt hier gar nicht Wo hast du die Bücher her? Was? Wo hast du jetzt die Bücher her? Äh, da war noch Zucker oder ein Backpack Oh Aber das war halt nicht das, was wir hatten schon Achso, wir hatten ja kein Leder, deswegen Äh, nein, wir hatten Leder Digga, warum erkennt man nichts Digga Wir hatten alles, aber ist halt wieder weg Weil wir hatten die Bücher halt im Ich bin verwirrt Wir hatten die Bücher im Backpack Das ist so verwirrend, ich bin nervt 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 Ey, hier ist wieder auch eine neue Festung Wollen wir denn mal gucken, ob die unlooted ist? Kannst du machen Ich bin nervt 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 Absolut Und 2.5ja Dio, was war das denn für ein Geräusch? Was? Und was war das denn für ein Geräusch? Insagt, das war wahrscheinlich mein Bruder, der gerade nach unten geschrien hat Das heißt, das hat sich sehr unnatürlich angehört discover Ja, Digga, was? Das war wie so'n Schwein, das so angefangen als Grund und so, ne? Das ist so nehrig. So, ähm, Abdo, du musst jetzt... Ich hab jetzt mal, ich hab jetzt einen recht guten Ping wieder. Das heißt, eigentlich so... Hast dein Bruder geschlagen bei seinem Fortnite-Update? Ich hab den einfach die Treppe runtergeschubst. Ah, das klingt doch super. Äh... Hier ist ganz viel Zuckerrohr. Äh... Der Autismus kickt ja mehr als meiner. Nein, ich hab ADS. Das ist kein Autismus. Achso. Ja, bei mir ist es Autismus. Ich merk schon. Bei mir ist es beides. Ah, geil. Achso. Deswegen macht der doppelt so viele Kills wie ich. Ja. Obwohl ich viel, viel aggressiver spiele. Ich spiel einfach besser, so. Hab mal das rausgegangen. Voll, Abdo, komm rein. Aber du hast schon recht, ich spiel eigentlich immer... Das sind also ziemlich 90% der Szene. Nehmen wir dein Mikro aus dem Boden. Nein, das Ding ist... Fischi hat auch teilweise überschlecht gespielt. So, jetzt sollte es klappen, so. So, Zweck? Ja. Ich hätte gerne mal ihre Schuhe. Ich hätte gerne mal deinen Treter. Die musst du mir jetzt geben. Deine Treter. Gib mir deinen Treter. Nein, ich hab mir den App herangelegt. Ich seh ja... Okay, den nehm ich auch gerne. Achso. 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 Ja, warte, dann gehen wir grad auf irgendeinen Server, der so Dingens hat. Leg mal. Der einen hohen Dingenslevel hat. Ey, Bruder. Das lag doch hoch, hä? Das reicht doch. Nein, das geht nicht gerade, Digge. Ich geh wieder netter, man sieht sich, ne? Das liegt gar nicht hoch, weil alle bei mir im Internet sind. Wie viele sind bei dir im Internet? Fünf Leute. Okay. Wie viele? Warte mal, ich kann gar nicht schaffieren. Ne, sechs Leute. Oder sieben. Meine Eltern benutzen. Ihr wirft doch ein Edi. Noch ne Pearl. Hab zweimal Kamikaze. Wow. Ihr muss...